Herzlich Willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und ihr seid meine 400 Gäste. 400 Gäste, das feiere ich gerade so ein bisschen, weil 400 Abonnenten, das ist wahnsinnig viel für mich. Also vielen, vielen lieben Dank für eure Kommentare, für eure Likes, für eure Abos, für eure Spielevorschläge. Auch wenn wir nicht immer zeitnah es schaffen, diese zu spielen, wir bemühen uns nach Kräften. Der Tag hat nur 24 Stunden und die Zeit fliegt, wenn man sich amüsiert, aber wir tun unser Bestes. Auch Kommentare. Wir freuen uns über jeden einzelnen Kommentar. Ich versuche möglichst alle zu beantworten und ich freue mich einfach über jeden einzelnen von euch. Manche sind uns schon seit fast acht Jahren treu und bitte hört nicht auf. Bitte hört nicht auf, uns bei unseren Abenteuern zu begleiten. Ich hoffe, es werden noch viele weitere sein. Also danke, danke, danke und bis dahin.